Ein Gruß an Stade und den Resten der Welt, natürlich aus dem Snack am Eck mit einem neuen Mittagstisch, mal rüberschieben, hier mit einem Kirschschuh wird dabei, aber erstmal jetzt zur Hauptsache ein schönes Seelachsfilet, frisch paniert hier im Haus mit einer Zitronenspalte, Salzkartoffeln, Petersilie und unserer hausgemachten Remoulade, mein Geheimrezept, mal gucken ob ich euch das mal irgendwann verrate, auf jeden Fall ist es lecker, ich wünsche euch einen guten Appetit hier, einen kurzen Überblick gibt es natürlich auch hier Seelachs, frisch gebacken, die Salzkartoffeln und Dessertchen, haben wir auch vorbereitet, die Remoulade, Zitronen und den Petersilie, dann bis gleich, Daumen hoch nicht vergessen, abonnieren falls ihr noch nicht gemacht habt, Dankeschön, Tschüss!